Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Zu Psycho stoßen. 170 Meter. Noch keine vielen Gegner. Noch überhaupt keine Gegner. Nur ein fetter Turm, den wir platt gemacht haben mit... Uuuuh. Unsere netten Lady hier. Endlich können wir Seth-Waffen benutzen. Endlich. War ja klar. Oh. Eins, zwei, drei. Gute Idee, mein Freund. Aber erstmal... Energie, 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 Energie. Elektro. Und das soll helfen, wirklich, wenn die so weit auseinander sind? Ja, Bullshit. Hat nur einen erwischt. Das war gar nichts, mein Freund. Das war gar nichts. Ah, was macht denn da jemand, hä? Da macht jemand... Ah, ja, das war's. Du, mein Freund. Du machst... Ah. Und jetzt gib mir mal meine Pfeile zurück. Hoffentlich sind die recycelbar. Ne, die Elektro-Pfeile nicht. Hätte mich auch... Ja, natürlich. Natürlich. Warum sind denn da Gräser, wenn ich mich nicht drin verstecken kann? Alles klar. Äh, so. Erstmal wieder die anständigen Pfeile auswählen. Zack. Jetzt könnt ihr mich mal. Eins, zwei. Ey, wo ist meine Pistole hin? Shit. Keine Pistole mehr. Okay. So, dann machen wir es eben so. Shit. Ach, auch noch mit Verstärkung? Das muss mir ja einer sagen. Ja, du brauchst Hilfe. Natürlich brauchst du Hilfe. Bitteschön. Beschäftig dich! Helikopter, kann mich mal. EMP kommt! Barra, primär ein... Hä? Oh. Süß. Schau mal. Der Nagel ist nicht fest! Helikopter fest! Overwatch, ich brauche Verstärkung! Meine Jungs sind da! Was sind deine Jungs? Konnte dich nicht hören, hattest du viel Blei im Maul. Ah ja, komm. Gefahrenstufe. Aber dass die das auch immer gleich im ganzen Dome durchsagen müssen, ne? Überall so, ey, Gefahrenstufe erhöht. Gut, hier wird gekämpft, weißt du, ganz da drüben. 20 Kilometer Entfernung. Oh, scheiße, ey, Gefahrenstufe. What the fuck? Juhu, das hat er. Idiot. Hast du davon. Oh. Da bist du. Na, du kannst mich mal. Vorwärts! Wir müssen ihn rausleuchern! Wahrer Rebellenaktivität im Außenbereich. So, war's das. Ich denke, das war's. Ach, geht's da lang? Okay, zu Psycho-sto... Zu Psycho-stoßen. Stoßen wir zu ihm. Und stoßen uns dabei nicht den kleinen C. Achtung, Cell-Waffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Sekundärziel, Cell-Bla, irgendwas. Sektor ist abgerissen. Wir gehen mal zu unserem Ziel. Ach, und das da wäre unser Sekundärziel. Da. Ja, okay, komm. Wir gehen erstmal zu unserem blauen Ziel. Und gucken mal, was da so ist. Das kommt mir alles so ein bisschen Open-World-mäßig vor hier. Ganz ehrlich. Also so ansatzweise zumindest. Weil kein wirklich vorgegebener Weg, wo ich laufen muss. Ich kann mich relativ frei entscheiden, wie ich hier gehe. Ah, da ist er ja schon. Hey! Hey, nicht anfassen, Mann! Wo hast du die Knarre her? Das ist nicht wichtig. Mann, ich hoffe, du weißt, was du tust. Komm schon, wir kürzen durch die Tunnel ab zum Zugdepunkt. Na gut, dann, wenn du abkürzen willst, dann lauf aber auch. Äh. Bro. Bro, bist du sicher, dass wir da... Also, ich, äh, ne? Ich sehe da keine Leiter und so. Bro. Bro, wie willst du da runterkommen, Mann? Für mich ist das kein Problem, aber hey, du. Okay. Warte, ich bin gleich da! Ah, ein kleiner Cheater bist du! Na gut, wenn das so ist... Dann... Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation. Deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Okay. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Cell-Patrouillern. Ja, leise jetzt, sagt er. Und rennt durch die Gegend wie ein Verrückter. Ja, wer schreit denn hier bitte rum? Außen rum. Meinst du, das haben sie gehört? What? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. Bist du behindert? Da haben gerade ungefähr 20 Leute hier die Waffe durchgeladen. Oh, Mann. Oder auch nicht. Ah, ich glaube, ich kenne den Level-Abschnitt. Oh, shit. Wir können hier hin. Ha, 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 ha. IMP-Granate. Mist. Okay. Wie gehen wir? Wir könnten oben entlang gehen. Wir können auch unten entlang gehen. Wir können durch die Mitte gehen. Wir können links gehen. Sind wir schallgedämpft? Ja. Vorwärts. Wir müssen ihn ausräuchern. Ja, ja, räuchert ihr mal. Räuchert ihr mal. Packt eure Räucherstäbchen aus und fangt an zu räuchern. Ich gehe währenddessen hier mal ganz fernab von euch. Durch die Gegend. Ey, Alter. Ihr könnt mich nicht gesehen haben. Ihr könnt mich nicht gesehen haben. Shit. Nicht gut. Hä? Drecks-IMP-Granaten. Oh-oh. Schick den Bereichen, die wir ihn zuletzt gesehen haben. Shit. Warum kann ich mich nicht... Ah, ja, okay, jetzt. Drecks-IMP-Granaten. Verwarte. Komm, irgendwie... ...werden wir das noch hinkriegen. Irgendwie kommen wir da durch. Das war so klar. Kaum enttarnt man sich, schon ist man am Arsch. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. So ist es nicht, Jungs. Ich kann auch kämpfen. Ich wollte euch nur den Scheiß ersparen. Oh, das bist ja du. Okay, äh, sorry, Bro. Ja, komm, jetzt will ich mal kämpfen und dann ist keiner da. Puh, keine große Herausforderung bis jetzt. Puh, keine große Herausforderung bis jetzt. Ich schätze, die haben uns gehört. Haha, wirklich? Bist du dir da sicher? Bist du ganz sicher, dass die uns gehört haben? Ich weiß es nicht. Alter, nee, ich bin da ein bisschen unsicher.